Hallo, mein Name ist Jörg Fuhrmann, ich leite das Freirauminstitut hier in der Schweiz am Bodensee und ich beschäftige mich vor allen Dingen mit der Selbstregulation und der Selbstermächtigung. Und dafür ist ganz entscheidend, dass Menschen im Hier und Jetzt präsent sein können, sich sicher fühlen können und achtsam im Kontakt sein können. Und eine ganz spannende Theorie, über die ich auch viele Videos gemacht habe von Professor Stephen Porges, erklärt heute ganz viele Dinge, die wir in der Therapie lange nicht verstanden haben oder im Coaching. Zum Beispiel, warum Entspannung nicht per se gut ist. Und das möchte ich dir nochmal kurz hieran erklären, in diesem Modell, das auch Peter Levine sehr häufig benutzt. Wenn du so in so einem pulsierenden Modus bist, zugewandt im Hier und Jetzt, geerdet und dich einfach sicher fühlst, dann kannst du auch gut zugewandt sein im Kontakt, kannst gut kommunizieren mit anderen Menschen und kannst auch erfolgreich sein. Viele meinen ja, dass sie in so einem Hyperarousal State unheimlich produktiv sind, das stimmt aber gar nicht. Und viele merken auch gar nicht, dass sie in diesem State sind. Und wieder andere meinen dann, dass sie sich mit Sport zum Beispiel hinterher nach so einem Zustand wieder runter regulieren könnten, müssten. Und dann kommen sie in so Shutdown-Zustände, in denen sie tagsüber vielleicht eh schon oft drin sind, wenn sie irgendwie angesprochen werden, was präsentieren müssen, Prüfungen vor sich haben oder irgendwie Kontakt haben mit Menschen oder mit dem Vorgesetzten und so weiter und so weiter. und sind da einfach dann nicht souverän, neigen dann auf Schiberitis und solchen Dingen. Ja, und das ist ein großes Thema, das hat Porges eben in seiner Forschung erkannt, das eben eng mit dem autonomen Nervensystem korreliert und zusammenhängt. Und das hat man halt vor vielen Jahren nicht verstanden. Und seit einigen Jahren gibt es ja von Peter Levin und anderen entwickelte Ansätze, wie das Somatic Experiencing oder es gibt das Namen von Lawrence Heller oder So My Bodyman von Sonja Gomez, die alle in diese Richtung gehen und darauf aufbauen, auf dieser polyvagalen Theorie. Und das sind super Hilfen, das hat Porges auch wissenschaftlich in klinischen Studien bestätigt, bei Trauma, ADS, Autismus, kann aber auch eben zum Beispiel bei so Sachen wie Bluthochdruck, Schmerz, Schlafproblemen, Kieferverspannungen, weil diese ganzen Gesichtsnerven, die hängen auch alle mit dem Vagus zusammen. Ja, oder bei einem chronisch eben überaktivierten Nervensystem, also somit auch einer grundlegenden Selbstregulationsfähigkeit im Hier und Jetzt und einer Entspannungsfähigkeit im Hier und Jetzt, kann das eben eine Hilfe sein, so und damit zu arbeiten. Und der Porges hat halt ein, also klinisch dann ein Klangprotokoll entwickelt, was jetzt in der neu aufgelegten Version verfügbar ist, für zu Hause, kannst du das auf deinem Handy machen, also wird eine App installiert und dann brauchst du ein Ohr umschließenden Kopfhörer und kannst das dann für zu Hause benutzen. Das sieht dann, da gibt es dann einen Ohr umschließenden Kopfhörer, das habe ich hier in der Praxis auch, einfach mit MPL E3 und jetzt mit dem Kopfhörer und dann kannst du das zu Hause nutzen. Du hast es dann halt nur auf dem Handy mit einer App. Und das neue Konzept hat eben drei Phasen mit vier verschiedenen Klangprotokollen, kann man sagen. Ja, das Frühere war nur eine Phase und das hat man jetzt doch stark erweitert. Man hat dann festgestellt, es hilft wirklich bei der Fokussierung, bei der Präsenz, bei besserem Schlaf, dabei der Verdauung auch zu helfen, weil der ganze Stress, wenn Menschen Stress haben, den sie nicht gut reguliert kriegen, dann ist auch das Enterische hier ein Durcheinander. Da gibt es ja auch diese Standleitung über den Vagusnerv und einfach das ganze Nervensystem ist eben einfach durch die Hecke, sagt man im Ruhrgebiet. Und das kann man jetzt eben sehr schön selber auch von zu Hause aus regulieren. Dabei wird die Mittelohrmuskulatur trainiert, die drei Knöchelchen werden quasi die kleinsten, Hammer, Amboss, Steigbügel, das Trommelfell wird anders justiert und dadurch entsteht eine andere Art von Klangverarbeitung und auch Geräuschempfindlichkeit. Also Menschen, die da sehr hypersensibel sind, was Geräusche angeht, vielleicht weil sie Knalltrauma hatten oder sonst wie Schocks erlebt haben, das geht dann deutlich runter. Und ja, was auch spannend ist, ist zum Beispiel, dass die Neuroplastizität hochgeht. Also die Lernfähigkeit und die Merkfähigkeit auch im Gehirn wird besser, ja, also steigert sich auch. Schlaf verbessert sich eben wie gesagt auch. Also sind ganz viele positive Aspekte dabei, die da eben auch in der klinischen Forschung entdeckt worden sind. Ich habe da auch einen Blogartikel zugeschrieben und schon länger das Video dazu gemacht. Jetzt zeige ich dir nochmal eben kurz, was jetzt neu ist. Und wir bieten das jetzt als sechsmonatiges Programm an. Da kannst du das neue Konzept für sechs Monate zu Hause eben für dich Schritt für Schritt nutzen. Und es gibt eben verschiedene Programme dabei, die kannst du zum Teil auch in Bewegung nutzen, bei Meditation, beim Yoga, beim Qigong, um dich quasi immer wieder auch zu regulieren, in den ventralen Vagus zu regulieren. Das ist also der neueste Zweig des Nervensystems, der notwendig ist, wenn wir zugewandt sein wollen, sicher uns fühlen wollen und gegenwärtig sein wollen. Also, wechseln wir mal kurz die Ebene, dann erkläre ich dir nochmal eben kurz was Neues in diesem neuen Klangprotokoll mit den drei Phasen von Stephen Project. Ein kurzer Hinweis vorab. Die meisten aktuellen Strategien zur Verbesserung diverser Symptome sind heutzutage rein verhaltensbezogen. Der Ansatz ist gut, im Grunde ein guter Ansatz. Das stützt sich jedoch vor allen Dingen auf die kognitiven Prozesse des Cortex oder Neocortex, also unseres denkenden Gehirns, die bei der Selbstregulierung oder der Steuerung von Impulsen häufig nicht wirksam sind oder nicht ausreichend wirksam sind, müsste man sagen. Die Experten sind sich einig, dass es keine einzige Lösung für komplexe Probleme, wie zum Beispiel eben ADS, Autismus oder Traumafolgen gibt. Die meisten Menschen benötigen daher mehrere Strategien und ergänzende Zugänge auf verschiedenen Ebenen. Und das von Professor Stephen Porges, genutztes Klangkonzept. Er setzt auch keine Traumatherapie, sondern versteht sich als flankierende Unterstützungsmaßnahme und als Interventionsmöglichkeit für Menschen, die einfach eben besser lernen, schlafen, kommunizieren und sich entspannen wollen. Porges sagt selber, die Antwort auf die Frage, welche Zugänge wir haben, um das soziale Engagement-System ruhiger und homeostatischer zu machen, ist die Vagus-Aktivierung. Das SSP ist ein akustischer Vagus-Nerv-Stimulator, über den die Top-Down-Regulation zum Bauchhirn erfolgen kann. Das theoretisch durch die Polyvagal-Theorie fundierte Klangprotokoll wurde entwickelt, um mit Hilfe eines komplexen akustischen Stimulationsprogramms die neuronale Regulation der Mittelohrmuskulatur zu trainieren und systematisch herauszufordern. Hierbei handelt es sich um ein Übungsmodell, das an der computergesteuerte akustische Stimulation verwendet, um das an den Hörer übermittelte Frequenzband entsprechend stimulierend zu modulieren. Und jetzt gibt es eben, wie gesagt, das Drei-Phasen-SSP. Das dient vor allen Dingen dazu, auch eine Balance ins Nervensystem zurückzubringen und die homeostatische Selbstregulierung des Menschen anzuregen. Man könnte auch sagen, es ist eine Art Neujustierung, also Klangjustierung erstmal und damit einhergehend eine Art Nervensystem-Detox. Weil wirklich die Stressoren quasi wie entgiftet werden, kann man fast schon sagen. Es gibt es für Kinder und Erwachsene, das sind aber zwei verschiedene Linien. Wir haben auch ein Angebot, was dann beides kombiniert. Und ja, im Grunde sieht man hier schon die drei Phasen und dieser Prozess, dieser autonomen Nervensystem-Regulation, der da stattfindet. Auf diese drei Phasen möchte ich jetzt etwas mehr eingehen. Es gibt erstmal ein Programm, das ist wie so eine Art Add-on, das heißt Classical, SSP Classical. Und das dient eben zur Aufwärmung und wiederum zur Beruhigung des Nervensystems, um sowohl vorab als auch im Anschluss eben eine Erdung, eine Sicherheit, eine Vertrautheit und eine Grundregulation überhaupt erstmal herzustellen. Das gab es früher nicht, das ist jetzt eben auch neu. Und das ist vor allen Dingen auch wichtig für Leute, die eben sehr viel Belastung im Nervensystem und im ganzen Leib und in der Psyche haben. Weil für manche war das SSP dann auch schon grenzwertig, sage ich mal. So, und das ist wirklich so eine Erdungsgeschichte, die kann man auch sehr gut bei Bewegungssachen machen. Also wenn man sich einfach runterregulieren will, hat man die Kopfhörer auf und kann dabei auch dann diese Körperübungen machen. Dann die Phase 1, wo das im Grunde auch schon mit zuzählt, gerade das Classical, ist eben diese Phase des Connect. Da gibt es eben einmal das ganze SSP-Programm ungefiltert, das Core, also das ungefiltertes Programm. Das dient einfach auch der Orientierung und der Herstellung von Sicherheit. Da kann man eine Stunde hören, fünf Tage am Stück und kann man sich auch mehrfach anhören. Und dann hat man da schon mal quasi so den Überblick, was los ist. Wer das nochmal nachhören will, kann sich auch mein Video zum Thema Orientierung anhören, warum Orientierung so wichtig ist, gerade auch bei Stress, Schock, Trauma, überwältigenden Erfahrungen und so weiter. Die Phase 2 ist dann eben das ursprüngliche Core-Programm, so heißt es jetzt, das eben, wie gesagt, von Tausenden von Leuten benutzt worden ist oder benutzt wird, also auch Therapeuten und so weiter weltweit und von Zehntausenden Kunden eben halt genutzt wird. Das ist, wie gesagt, ein patentiertes Protokoll von Porges. Das gibt es auch nur hier von Porges. Und es gibt natürlich Copycats ohne Ende mittlerweile, aber das ist das Einzige, was jetzt klinisch auch mit Studien dann entsprechend in dem Maße belegt ist und was genau diese Frequenzmodulation besitzt. Und neu wiederum auch ist dann die Phase 3 der Integration. Das ist dann ein niedrig gefiltertes Core-Programm, was dann der Nachverarbeitung und Ankerung dient. Ja, also bei dem Core ist es ja so, dass man das, wenn man das jetzt zu Hause hört, eine halbe Stunde hört. Hier kann man das dann wieder eine Stunde pro Tag hören. Genau. Ja, das ist das Angebot. Wir haben einmal die Variante, die es vorher auch gab, das Core für einen Monat für Erwachsene oder Kinder oder für Erwachsene und Kinder. Oder dann jetzt eben das neue Drei Phasen. SSP für sechs Monate für nur 420 Euro. Das kannst du dir dann über unsere Seite bestellen. Einfach unten auf jetzt buchen klicken und dann geht das zur Digistore und da kannst du das dann entsprechend ordern und uns vielleicht noch kurz Bescheid geben, ob du es für Kinder oder Erwachsene willst oder bei 540 zum Beispiel. Ist ja klar, dass es für beide ist. In diesem Sinne wünsche ich dir schon mal eine natürliche und gesunde Regulation auf diesem neuen Wege der Klangbehandlung. Wenn du das nochmal genauer nachlesen willst, was da genau passiert, kannst du auch unseren Blogartikel schauen oder in dem ersten Erklärvideo zum SSP habe ich die ganze Funktionsweise auch nochmal genauer erklärt. Ansonsten kannst du dir auch natürlich mal eine Self-Empower-Broschüre runterladen mit zwölf verschiedenen Optionen, die dich da auch unterstützen können auf deinem Weg und das SSP ist eben eine davon. In diesem Sinne alles Gute, gute Regulation, schöne Grüße vom Bodensee von Jörg Fuhrmann aus dem Freiraum Institut. Ciao.